So, eigentlich hatte ich mir vorgenommen, dass das nächste Video ein Review wird und das hatte ich auch eigentlich vor. Ich bin jetzt nach vier Tagen aus dem Skiurlaub wieder zurück und der Urlaub war toll, war alles echt klasse. Und geil ist es, ich komme an und alles überseht von wegen Kommentaren und sowas, du wurdest gebannt. Tatsache ist, ich wurde wirklich gebannt. Drei Tage lang bin ich Pommes gewesen und dann hat Nix und Zugeschlagen. Deswegen, ich weiß gar nicht, am Anfang war ich nicht angepisst, aber irgendwie bin ich jetzt doch extremst, vor allem weil auch mir eine neue permanente Waffe gegiftet wurde, die ich nicht mal gesehen habe. Und irgendwie finde ich das ziemlich scheiße von Nixxon, weil ich meine, das ist scheiß viel Geld und irgendwie bin ich ziemlich angepisst auf Nixxon. Allerdings verteilt sich da meine Wut, weil, ich weiß gar nicht, ob das so ein Hater-Video ist, allerdings bin ich extremst angepisst auf eine Person und zwar heißt diese Person The Energy oder Nasty Tasty oder Nasty Tasty. Ich weiß nicht, ob er den Namen gefakt hat, er meinte immer, er wäre der große Typ. Tatsache ist, dass dieser Typ in meinem Clan einmal war. Er war extremst gut. Wir haben dann im Nachhinein darauf gekommen, dass er extremst gut versteckte Hacks hatte. Was ist es? Es gab einmal ein Gerücht, dass Jason auf meinem Account ist. Das stimmte, Jason war auf meinem Account und zwar gab es einmal die UMP für GP und permanent. Und wenn ihr euch da erinnern könnt, ich war an dem Tag in Berlin und ich wollte auf jeden Fall, ich hatte die GP und ich wollte auf jeden Fall die Waffe haben. Insofern habe ich ihm meine Account-Daten gegeben, meinte, kauft mir die bitte. Ich habe dann nach diesem Zeitpunkt auch meine Account-Daten wieder geändert, so heißt er konnte da nicht drauf. Also, ich weiß nicht, ob er auf diesem Zeitpunkt auf meinem Account gehackt hat. Ich weiß nicht, ob er, ja, ob er, was er darauf gemacht hat, eigentlich war nichts. Ich meine, das ist auch jetzt schon, was weiß ich, wie lange, drei, vier, fünf Monate her. Also wie gesagt, ich bin auch, ich habe mich extremst lange suchen müssen, was betrifft, warum ich gebannt wurde. Ich habe jetzt etwas gefunden und zwar ist das auch nur der Grund, warum ich das vermute. Ich habe keinen Report gefunden oder sonst was. Ich habe nur ein paar Accounts gefunden und zwar sind diese Accounts alle, heißen die Accounts zufälligerweise zum Beispiel Energy, Nasty Tasty, Airline, Nasty Tasty unterstrich X3. Alles solche Namen, die sehr auf Jason zurückzuführen sind und ganz unten stehe auch ich. Soll heißen, ja, ich vermute nur mal, dass das extremst damit zu tun hat. Und ich bin gerade extremst angepisst auf ihn. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein bisschen sehr kindisch ist, wenn ich da seinen Namen unten reinschreibe. Allerdings finde ich, verdient hat das wirklich. Ähm, ja Leute, ich bin sauer auf Nexon. Es tut mir sehr leid, ich wollte eigentlich, wie gesagt, ein Review machen. Ich muss auch schauen, ob ich irgendwie die Möglichkeit habe, meinen Account wieder zurückzubekommen. Ich vermute es fast nicht. Ähm, ich werde einen neuen machen müssen, schätze ich. Ich werde dann auch den IGN bekannt geben.